Ja, liebe YouTube-Freunde, es ist bereits 10 vor 8, Montagabend. Ich bin am Heugrasmähren, da mit meiner neuen, in Anführungszeichen, neuen Maschine gekauft, Occasion Ricardo. Und sie hat bis jetzt durchgehalten, kein Defekt aufgetreten, ich bin froh. Jawohl, jetzt mache ich da noch ein bisschen. So, liebe YouTube-Freunde, jetzt wird es vielleicht doch schön bleiben. Wir bauen raus, ich nähe da Heugras. Endlich, endlich. Jetzt lange kriege ich den Kammel. Mit meinem Stollmähwerk. Jawohl. Übrigens, der Stollmähwerk ist mein erstes eigenes Mähwerk. Ich hatte noch nie eins, das mir gehört. Jawohl, ich habe immer gemietet. Und vor Jahren habe ich überhaupt gar kein Heu gemacht. Da habe ich Schweine gemästet und Muni gemästet. Nur Maisanbau, überhaupt kein Gras gemacht. Und mit der Ökologisierung in der Schweizer Landwirtschaft wurde auch ich gezwungen, extensive Wiesen anzulegen. Ich glaube, sieben Prozent von den gesamten Ankerflächen muss da extensiv bewirtschaftet werden in der Schweiz. So können sie mehr aus Europa importieren, die Importeure. Um das geht es. Wir sind immer zu teuer. So, da war das erste Mal verstopft. Aber lässt sich ganz gut rausziehen, das Gras. Hier ist noch eine Hektare zu Mäh. Aber es ist bereits 10 Uhr. In der Hals hat die Schnauze voll. Ich werde auch nicht düngern. Der Rest mache ich morgen.